Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Die perfekte Nachspeise fürs Weihnachtsmini. Das ist winterlich angehaucht. Das Thema sind die zwölf Nächte von Weihnachten, nicht der Winter. Ich brauche einen Sous-Chef. Und sollte ich dich wählen, musst du meine Anweisungen befolgen. Na und, dann mag ich Weihnachten eben nicht. Manche mögen andere Feiertage nicht. Gefällt's dir? Du hast einen Baum besetzt. Du hast es total. Du willst auch nach wie vor nicht meine Familie kennenlernen? Ich war die ganze Nacht wach und hab versucht herauszufinden, wie Max' Mutter diese blöden Kringel gemacht hat, die sind. Unglaublich. Ich hab eine Woche, um ihnen ein Rezept zu geben. Aber Max' Mutter verrät wohl nicht, wie man sie macht. Wieso fragst du sie nicht einfach persönlich? Ach, das kann ich nicht. Mann, das ist Carol. Carol, das ist meine Mutter Faith. Sieh eine an. Du kleidest dich so schick. Deine, ähm, Weihnachtskringel. Ich versuch immer noch herauszufinden, wie du diese Dinge gemacht hast. Faith hüte das Rezept wie ein Drache, der sein Gold bewacht. Wer macht ein Schloss an sein Rezeptbuch? Mutter ist kompliziert, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Das ist alles deine Schuld. Du bist in mein Haus gekommen und hast nicht einen Tropfen Liebe für Weihnachten. Willst du wissen, wie Weihnachten für mich war? Nun, ich war acht, als meine Mutter uns verlassen hat. Ich weiß, dass Carol nicht das ist, was du erwartet hast. Aber sie bedeutet mir alles. Ich dachte immer, dass ich Weihnachten alleine verbringen werde. Und dann traf ich dich. Carol Martin, willst du mich heiraten? Geh dem Untertitelung des ZDF, 2020